Start für die Fußballschule Rummenigge in Wenningstedt. Den ganzen Sommer lang trainieren hier Kids und Teens in Wochencamps den Ballsport seit mehr als 20 Jahren. Kommt die Fußballschule nach Sylt und bringt den Ball ins Rollen. Michael Rummenigge fördert aktiv das sportliche Engagement von Kindern. In dieser Saison darüber hinaus noch in Zusammenarbeit mit einem deutschen Premium-Reifenhersteller, der eine frühzeitige Verkehrserziehung mit Info- und Schulungsmaterial vor Ort während der Fußballcamps bietet, für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.